Okay. Migräne, kennen Sie das auch? Und wenn wir bei unserem TCM Energy Check erfahren, dass beide, Mann und Frau, Migräne haben, dann empfehlen wir unser Ying-Sai-Paar-Spiel. Denn wissen Sie, was Migräne ist? Das ist der Orgasmus im Kopf. Und den lösen wir damit ganz wunderbar auf. Probieren Sie mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017